Zwei, drei, bitteschön. Martin Henschel vom PO-Magazin. Seit 2005 wirbt ein kroatischer Regisseur namens Katuzin mit ihrem Namen, dass ein Film gedreht wird, der heißt Mafia. Was ist dran an diesen Behauptungen, dass sie in diesem Film mitwirken? Was ist die Frage, die du da mitstimmst? Ob es stimmt, dass er da mitspielt, weil, wie gesagt, seit... Habe ich nie gehört.